Derzeit kommt es im Landkreis Kassel zu Gleisbauarbeiten zwischen Hälsaar und Hessisch-Lichtenau. Natürlich bietet die zuständige Hessische Landesbahn, ein Partnerunternehmen der KVG, auch einen Schienenersatzverkehr an, damit die Kunden dennoch an ihr Ziel gelangen können. An dieser Baustelle wird erstmalig ein Umbauzug eingesetzt, der viele Arbeitsschritte automatisiert. Auf einer Länge von 4,2 Kilometern müssen rund 7100 Betonschwellen ausgewechselt werden. Die Maschine alleine könnte diese Arbeiten nicht verrichten. Deshalb werden rund 45 Arbeiter, die aus Schweißtrupps, Baggerfahrern und Facharbeitern im Bereich Leit- und Sicherungstechnik bestehen. Die hier eingesetzte Maschine transportiert und verlegt die schweren Betonschwellen als Handelssicht um Leichtgewichte. In einer Stunde werden so rund 250 Meter Gleisbett verarbeitet. Der Umbauzug selbst hat eine Länge von 165 Metern, insgesamt ist er jedoch 350 Meter lang. Das Wunderwerk der Technik kommt ursprünglich aus Herne, wird aber in ganz Deutschland eingesetzt. Wenn dann alle Betonschwellen verlegt sind, ist die Arbeit an der Strecke jedoch noch lange nicht beendet. Der Schotter muss wieder ans Gleis gebracht werden. Dann kommt eine Stoffmaschine und ein Schotterflug zum Einsatz, die das Gleis in Lage und Richtung wieder millimetergenau ablegen. Danach muss die komplette Bahntechnik wieder installiert werden. Und wenn alles planmäßig läuft, dann werden die Arbeiten am Sonntag abgeschlossen sein und die Kunden können wieder wie gewohnt am Montagfrüh über die neu verlegten Gleise an die Arbeit fahren.